Fast jeder leidet unter Stress. Mit DOSI-MIRROR können Sie herausfinden, woher genau Ihr Stress kommt und was Sie dagegen tun können. Und wie geht das? Ganz einfach. Die App DOSI-MIRROR ist ein Selbstbeobachtungsprogramm, das Sie auf jedem Smartphone oder Computer für das eigene Stressmonitoring nutzen können. Ein kleines Beispiel. Das ist ART. Mit DOSI-MIRROR kann er ohne großen Zeitaufwand seinen Tag Revue passieren lassen. Das macht er über verschiedene Eingaben und Bewertungen. Schritt für Schritt. Die tägliche Eingabe dauert weniger als eine Minute. Ganz einfach und spielerisch. War der Zeitdruck hoch oder niedrig? War er hoch, gibt ART die Bewertung ab. Er wählt den roten Smiley. Wie war heute die Arbeit organisiert? War auch die schlecht? Dann klickt er auch das an. Auch hier bekommt der rote Smiley einen Klick. Wie lief es denn mit den Chefs heute? Der Führungsstil war eher mittelmäßig gut. Okay, das wird auch von ART bewertet. Mit einem gelben Smiley. Die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen war gut, also positiv. ART bewertet das dann mit einem grünen Smiley. So geht ART alle Punkte durch und bewertet, wie es ihm an dem Tag so ergangen ist. Und was dann? Danach hat er auch die Möglichkeit, sich den Tag nochmal im Ganzen anzuschauen und mit den letzten Tagen zu vergleichen. ART sammelt jetzt seine Daten zwei Wochen lang. Auf Knopfdruck kann DOSI Mirror alle vorhandenen Daten auswerten. Die App rechnet aus, wie die Belastungen, das Stressempfinden und die Beschwerden genau zusammenhängen. ART kann auch nachschauen, was ihm Stress bereitet hat. Das war bei ihm an erster Stelle der hohe Zeitdruck. Danach die Qualität der Organisation und zum Teil auch der Führungsstil in seiner Firma. Die beobachteten Belastungen während der letzten zwei Wochen waren für ART insgesamt relativ hoch. Und wie kann ihm dann geholfen werden? DOSI Mirror ermöglicht ART zunächst einmal nachzuschauen, welche Ressourcen und Belastungen bei ihm im Gleichgewicht sind, was ihn zufrieden macht und was ihn eher stresst und ob diese Stressbelastungen und Beschwerden regelmäßig auftreten. In DOSI Mirror findet ART auch begleitende Gesundheitscoaches, zu denen er Kontakt aufnehmen kann. Wenn er glaubt, er benötigt professionelle Beratung, übermittelt er dem Gesundheitscoach zuerst seine persönlichen Daten und Auswertungen. Ganz einfach mit einem Klick. ART kann zusätzlich auch einen persönlichen Gesprächstermin mit dem Coach vereinbaren. In diesem Termin können beide zusammen erarbeiten, wie ein passendes Gesundheitsmanagement für ART aussehen könnte. DOSI Mirror – Ihr persönlicher Stresscoach.